Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu der Champions League und ihr habt es jetzt glaube ich gesehen wenn Lincoln City heute nicht gegen Juventus Turin verliert hat man es geschafft das ist hier gestanden ich hoffe dass das eintrifft auswärts wird es natürlich nicht leicht werden man ändert ein bisschen die Positionen so ist man zufrieden Denkarenk wollte statt Pylot spielen weil er der Meinung war er ist der Bessere hierfür Alter Boom Kein einziges Mal durchkommen Ronaldo Alter So schaut es aus Hoffentlich ist das auch so im Spiel Bust Oh 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 Fahman hat sich hier leicht verschätzt Oh Moment, das gibt Gas. Ja, die möchten natürlich auch die Schmach vergessen lassen. Vor dem ersten Spiel. Oh. 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 Oh, schön. Oh. Oh, schön noch ausbestet. Oh. 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 Session Oh Toppert Clip hier Bis zum Tempferbäuer Oh Scheiße Das könnte rot gehen Das geht rot Das Kacke ist Oh Oh doch nicht schön Doch gefällt Oh 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 ja doch Puh 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 Ah den wollte ich nicht So man muss es riskieren Und man muss zweimal auswechseln Einmal um das Mittelfeld wieder zu stärken Und einmal um einen vielleicht Treffsicheren Stürmer reinzuholen Das war schon mal nicht schlecht War schon mal nicht schlecht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Einmal Einmal Ja Um Ja Um Um Oh man, wie lang brauchst du sowas für Finschweiler nehmen, yes, yes, Glück, 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 weiter, aber. Walscht, 1 zu 0, 0 zu 1, so ein drittes Tor hier. Stark Armstrong. Weiter. Oh, oh. 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 Puh, man kämpft, man kämpft, man kämpft hier. Die Statistik spricht eindeutig gegen Lincoln City, dennoch haben sie das Tor gemacht. Ja, jetzt, aber jetzt ist passiert. Hoch verdient, muss man sagen. Nein, 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 nein. Eigentlich kann der nicht mehr so gut. Dann lassen wir es so, bevor wir die Seite noch stärken. Oh, diese war nichts. Schön gemacht. Das ist Goff von Prytios. 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 Gut, Entscheidung vertagt. Sie können jubeln. Hoch verdient, trotzdem gewonnen. Wie kam es dazu? So, da hat man schon Glück gehabt, durch den doppelten Latten Schuss. Da haben wir jetzt noch einen gesehen. Das Goff klopft einmal an in der 10. Minute. Das war schon beides gefährlicher. Hier wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Der Hohangbo entfällt hier. Sie droht. Lincoln City ist noch mal noch zu Tint. Hier sehen wir das 1 zu 0. Von Antonio. Da sah es noch rosig aus. Jeder nicht mehr unglücklich abgeprallt. Mani nutzt es hervorragend aus. Zum 1 zu 1. Und hier in der 90. Minute. Da hat man sich schon zu sicher gefühlt. Und verspielt im Endeffekt Last Minute noch den einen Punkt. Deswegen Entscheidung vertagt. Wie es weiter geht es hier im nächsten Spiel. Ich bin ein Fanggeber. Macht es gut. Bis dann. Ciao und Baba.